Hallo meine Lieben, Willkommen bei einer neuen stierischen Folge DaneLight mit... Der Big Dome! Der Big Dome! Und hier geht's schon wieder los hier! Die stehen sich schon wieder überall! Ich muss grad sagen! Die hessischen... Wo kommen die denn her, ey! Alter... Da kommen wir immer wieder, ja? Kannste machen ohne Ende! Ja, wie gesagt Leute! Das Gesicht einer Stadt! Da sollen wir jetzt auf dem Weg hin! Wir sind gleich da! Ja, komm los! Da kommen schon wieder zwei, ey! Echt! Oh, hier müssen wir hier rein! Ich bin gleich recht reingehüpft! Ja! Wir müssen schwimmen! Ja! Wir geben hier die Taschenlampe an! Na oben! Oh, hier bringt nichts um mich! Ja doch! Ich seh deinen... ...eleganten Hintern! Mhm! Sexy, gell? Sag ich dir! Sexy! Kein Kommentar! Sexy ist mein Hintern! Schön behaart! Ich muss diesen Michael... Seh ich eine Struktur! Wenn du genau guckst, findest du auch noch ein paar Klabusterperlen! Mhm! Wo was ist denn? Bist du da reingefallen? Und zwar so! Ja! Muss der da durchführen! Kann sich ja nie damit kennen! ja auch noch ein paar punkte hier ist eine ausgerastet jetzt ja drogen irgendwas genommen aber ich bin im druck über der frauenknast kommen bei hintergettern was das überhaupt jemals geguckt den scheiß na klar mit doch das war kult die alampe copra 11 und da habe ich bestimmt ganz viele leute getriggert und wieso naja ist doch deine meinung dazu was ist denn da getriggert oh ich bin das fahrzeug da gefallen oh nee warte mal scheiße ich sehe jetzt aber was hallo ich bin schon tot, kann ja passieren ja, geh weg boah was war denn das jetzt für ein Move, alter ja du kannst doch, wenn die dich packen kannst du doch, ich weiß nicht, ob du die Fähigkeit du frei hast, kannst die eine Taste reindrücken mit der Träte und dann kannst du den finischen da bist du auch nicht frei so coole Moves kriegst du nicht so nicht so, geht es hier weiter oder was immer da packeln ganz wichtig, das brauchen wir jetzt noch warte mal kurz, ich muss mal kurz ach so, ich werde schon verwandelt oder was kurz davor wieder oh, das ist doch schwindelig hier komm, er hol dich, Junge Tür auf ich dachte, du wärst ein Beißer warum musst du dich auch so anschleichen ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen ich bin auch kurz davor, einer zu wehren so wie es aussieht warte auf, Spieler bist du dumm ja hier ist noch eine Kiste drinnen gewesen ach so blau halt da ich kann es doch nicht sein, aufhören zu looten hier ja, schüss wie ein Zwang, gell ich suchte es, alter ja, ja das merke ich auch immer wieder bei mir bei Spielen, wo ich looten kann da kann ich dann kenne ich kein Ende meistens war ja noch irgendwas? du lootest das ganze Zeug und dann tust du es nicht verwenden, weißt du? ja, ich weiß, da hast du recht so scheint es gewesen zu sein, oder? ja ich wollte dich nicht erschrecken bist du Michael? okay, kein Problem Troy hat dich angekündigt ich bin nur froh, dass sie das eben nicht gesehen hat mein Ruf wäre für immer ruiniert verknallt, ha? ist das verwunderlich? hast du sie gesehen? was glaubst du, warum ich das hier mache? was? du riskierst dein Leben mit einer Horde mutierter Kannibalen um einer Frau zu imponieren? vor dem Ausbruch war mein größtes Erfolgserlebnis der erste Platz beim Buchstabierwettbewerb Troy hätte mich nicht mal wahrgenommen also nutze ich jetzt jede Gelegenheit na gut also sag mir, was ich tun muss ja, ähm, ich hab versucht den Plan durchzuziehen kam aber nicht weiter als bis zum neunten Stock überlass das mir du musst diese Sprengsätze nehmen die Gasöfen anschalten und Ladungen in bestimmten Wohnungen anbringen und das ergibt dann ein Muster eins, das nicht nach Zufall aussieht? wenn es ihnen gelingt das zum Zufall zu erklären dann bin ich echt beeindruckt wenn du bereit bist du musst zuerst in den zehnten Stock was hier mal die Scheiße machen müssen, Alter na hier, musst du noch einen Sprengstoff mitnehmen warum ist meine Taschenernbischöfe da aus? mal auf den Kasten den BUFF den BUFF den BUFF die Höhle ist wahrscheinlich erstmal ganz hoch weil woanders kann man eh nicht rein obwohl hier beim Verlust ach Mist das sieht so durchspeiert aus ich bleib an der Tür wollen wir mal, wollen wir mal ein paar Zombi-Kippe runterhacken da eins aber um nicht viel zu geben so wie es aussieht wie ich geboren war Fahrstuhl oder was? ist ich mit dem Fahrstuhl jetzt gefahren? wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren achso, ich dachte du bist schon ich bin doch da warte auf Spieler ich bin doch hier hallo oh da hat aber Lärm, Alter da fressen sie ich kann in den Rock reinglotzen der Alten na ich glaub's ja nicht Zombi-Rock hinten reingucken wie auch heute was so? verdammt scheint der Schacht das blockiert oh guck mal da kommt jemand zu Besuch, hallo was ist mit ihnen passiert? scheiße verdammt was ist los? alles okay? ja 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 noch hm ich bin am abkratzen boah wir müssen mal hin dann hol dich doch Mensch man das ist ja so wie so ein alter Qualmer, gell? ne genau Michael, ich bin im 10. Stock. Großartig. Such nach den Räumen 105, 106, 134 und 137. Guck mal der Nase nach. Wir sind noch ein paar Freunde. Du hast einen kleinen Kopf ab. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt war mir doch klar, dass du noch lebst, Junge. Ja, hab ich auch gerade mitgekriegt. Hallo. Und Explodierung. Ich bin der Junge. Ich bin der Junge. So, eine Oma mit Kittel oder was? Ne. Da ist er noch ein Küsschen. Ach, da ist noch einer. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Ich bin der Junge. Ich bin der Junge. Ich bin der Junge. Ich bin der Junge. Schnauze. Sehr schön. Gut, als Stichraub. Ja, ohne mich wärst du ausgeschmissen. Ich hab mir da gestorben. Ja. Ja, mein gegenseitiges Nutzen quasi. Okay, fertig mit der ersten Wohnung. Gute Arbeit, weiter zur Nächsten. Hast du's hingelegt, ja? Ja, hab ich's gemacht. Lieb beim Wollen. Okay. Geht's weiter. Da hinten tun sie wieder Knusper. Schmeckt's. Der Destinier da, da ist doch gar nix. Boah, ich zieh schon eine vor dem Schädel, die dreckig die Alte. Uh, der lebt immer noch. Ach, hier müssen du aus Treppenhaus, oder? Nee, da müssen wir noch rein. Ah. Sag immer. Bisse dich. Aber die jetzt, ja. Keine Ahnung. Okay, Schrank. Nix drin. Ein Küchenmesser. Ja. Alles klar. Fertig mit der zweiten. Mann, du hast das besser drauf als ich. Als nächstes. Oh, scheiße. Was ist los? Michael. Ich hab Besuch bekommen. Haut ab ihr Mistkerle. Michael Hauster. Bring dich in Sicherheit. Nein. Ich halte sie auf und du bringst den Auftrag zu Ende. Ich bleibe hier bis das erledigt ist. Das ist gerade mal aus. So, die nächste Sprengladung bringe ich mal an. Da kannst du mal wieder sehen, wie dumm das aussieht. Okay. Ne, kommt rein. Ein Zug noch. Guten Tag. Da kommt noch einer. Oh. Ich hab vielleicht einen Explodierenden umgenutzt mit Messer. Aber einfach aus einem Reflex raus. Ja. Was trotzdem nicht schnell genug. Wenn du schnell genug machst, explodieren die eigentlich nicht, oder? Doch, die explodieren immer. Ja. Glaub ich. Naja. Ciao. Hä? Wolltest du dich doch schon aufrunden? Jetzt explodier du scheiß klar. Scheiß. Also das sind die schlimmsten Zombies, finde ich sogar. Ja, ja. Stimmt, das ist recht. Weil wenn du da nicht aufpasst, bist du gleich tot. Ja. Da ist es erlebt. Ja. 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 Da ist's nicht so gut. Ja. Diese Gatteltext. Ja. Ich bin so aufgerechnet. German-Dirmaß. Ich bin so aufgerechnet. Ich bin so aufgerechnet. Das ist richtig. Jetzt geht's irgendwo rein oder nicht? Das passt jetzt. Wo müssen wir hin? Ich muss noch eins hoch 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 Ah hier müssen wir hoch Hm Hoppala Schön zerteilt Wo willst du hin? Hinter die Dominik? Ja Die rennt eine Runde jetzt die alte was auf Oh Was war das jetzt? Irgendwas haben explodiert Alter was denn jetzt? Was war das jetzt? Die war doch nichts oder? Keine Ahnung Du bist einfach zur Seite geflogen Oh 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 So soll ich das jetzt mal machen, willst du mal zugucken, wie ich das Teil dahin wege? Mach mal, fass mal. Das sieht total doof aus, oder? Total dämlich. Als ob ich nur ein bisschen Buckel hätte. Ja, also. Komm, wie alt ist das Spiel? 15 Jahre oder was? 10 Jahre? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, also es hat auf jeden Fall schon ein Alter, das Spiel. Ja, aber trotzdem sieht es immer noch gut aus, wie gesagt. Ja, mein Gott, man kann da drauf. Gell. Ist halt nöhn auf hohes Niveau, gell. Ja. Bring den doch um. Sag ich doch. Ist da bestimmt einer drin, als ob ich es anhört hier. Oh, was? Baby? Nee, das ist nicht wahr. Oh, nee. Den musst du jetzt töten. Den tötest du jetzt. Ist das eklig, Alter. Aber jetzt kommen erstmal ganz viele Tombis. Mist, was ist das? Und das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Damals. Oder wo ich das wieder gespielt habe. S. Oh, shit. Unter uns kommen auch noch ganz viele hier. Das sind kleine Schreihälze, die locken alles an hier. Das ist unnormal. Ey, was hier los ist? Was sieht draus? Die Leichen liegen, ey. Das ist krass. Weißt du, das stinken muss? No, das kannst du gar nicht. Normalerweise müsste der. Genau. So, das ist dein Job. Aber sag dir gleich, das kommt ganz selten vor. Dass solche da sind. Echt? Hm. Der Warte aus. Ja, weißt du. Es ist ja schon harter Tuba, gell. Was denn auch wälzeln. Kommt's nicht eigentlich jetzt her? Ja, scheiß Spucker. Guck mal weg. Nimm mal noch Auge. Du kannst einfach nehmen und musst nicht mit dem Natter drücken. Das kann ich einfach nehmen, wie nehmen. Naja, du gehst einfach zu denen und drückst X, glaube ich. Ach so. Du hast ihn jetzt umgenutzt. Naja. Du hast ihn jetzt umgenutzt. Naja. Ich hab ihn umgenutzt. Ja. Was macht er denn mit dem, wenn du da einfach hingehst und X drückst? Ja, der tut ihn sozusagen erwirken. Ach so, okay. Der macht dabei aber noch, der nimmt den in den Arm und macht den noch bei, wo er den erwirkt. Ach echt? Ja. Das hab ich jetzt nicht gemacht, gell. Scheiße. Ah, das wusste ich jetzt. Du wirst doch mal die Gelegenheit kriegen. Das wusste ich jetzt nicht. Eins, zweimal kommt das noch. Ach so. Gesicht. Das sind sich Sprengsätze. Hab ich jetzt gar nicht gemacht. Kommt auch schon was. Zombie. Piss dich. Okay. Alles erledigt. Wunderbar. Und ähm. Ich könnte hier unten deine Hilfe gebrauchen, um ehrlich zu sein. Oh, die Pakete. Kuchenpaketchen. Hör zu. Äh, weiße Paketchen. Michael. Wenn ich ins Gras schweißen sollte, musst du... ...den Sprengzünder nehmen. Raus aus dem Gebäude und es in die Luft, ja. Riecht nicht so einen Blödsinn, Michael. Raus da und zurück zu Troy. Und zwar sofort. Lass den Sprengzünder. Michael. Michael. Shit. Michael. Wir nehmen mal Abkürzung. Wir müssen langen Weg. Wieder hier oben. Hier. Oh, Mann. Ey, wieso geht der jetzt zu, der? Oh, die Hände. Oh, die Hände. Oh, die Hände. Die müssen brennen eigentlich. Oh, jetzt lass mich doch hervor, du blöde Sau. Und jetzt? Ja, fahrst du dann. Achso, fahr mal einfach runter, meinst du? Ja, klar. Und da ist zu Recht. Mist. Hm. Ist auch hingefallen, aber. Mist. Der wird auch über Sekunden. Und ein Dicker. Der wird es aber nicht lange machen. Der ist schon tot. was ist denn? Oh, scheiße. Höch, Scheiße. Alles ungenetzt hier Kommen wir mal her Der Shooter ist eine Explosion Da kommt ja noch einer Ich bin auch reingelaufen, aber nichts passiert Da habe ich noch rechtzeitig abgeknallt Ich hoffe du bist okay Mann Da liegt der Sprenzünder Ach hier Ach da ist ja offen Na dicker Finn Achso Komm, bleib mal ruhig hier Oh der hat 500 Latten dabei gehabt 500 Latten 500 Latten Gebäude verlassen Ich habe den Sprenzünder gefunden Schauen wir mal was nicht passiert Genau, da müssen wir raus Das machen wir doch Geht nicht Geht nicht Grain Jade Bist du das? Grain Ich habe gehört was du getan hast Ich kann es sehen Glaubst du mir jetzt Dass ich auf eurer Seite stehe? Diese dreckigen Bastarde Die haben es einfach abgeknallt Die Schweine Die Schweine Bist du auf unserer Seite musst du den GRI kontaktieren Die müssen das die Ethereum davon abhalten Oh ja, ich sehe es Ich weiß, aber ich habe mein Spezialfunkgerät verloren Hey, Savi hat einen Weg gefunden das Störsignal zu durchbrechen Aber er braucht dazu eure Hilfe Geht klar Jade, hast du gehört? Wir sollten uns treffen Okay Wir treffen uns in dem roten Gebäude über dem Smaragd-Kanal Und sehen dann weiter Und Grain Pass gut auf Die Infizierten sind hier noch grausamer als die in den Slums Muss mal auf deine Karte jetzt gucken Ja, jetzt gucken wir auf meine Karte Es sind wieder im Hauptgebäude, neben Missionen Erschienen Zwei Stück Ja Haben wir jetzt auch eine Schnellreise oder was sehe ich gerade? Slums Crackens Turm Schnelle Reise Ja, es gibt nur eine Schnellreise, wo du zum Turm und wieder hierher Mehr ist es aber, das sind nur die zwei Orte Hä? Haben wir jetzt hier, dummig haben wir noch einen Spieler mit drinne? Ne Wir haben da vorne, es ist ein Pfeil Hä? Es ist ein Pfeil Jetzt ist er da Getreten Äh, nö Ne, ist nicht da Was ist denn das? Oh, das Rauchsegnall Ist das auch eine Nebenmission, das Rauchsegnall oder was? Flügelhammer, Spider Hier Hier Die Mission machen wir als gleich Sind wir in der Nähe Es ist zwar dunkel Wir haben wir weiter Achso Aufpassen ist Nacht, gell? Ja Nicht erst mal auf der Fresse legen Oh, ich bin ein Trottel, Alter Oh, ich kotze, ey Mann Bist du runtergefallen? Ne, ich hab, äh, mein Ja, ich bin runtergefallen Weil ich den Wurfhaken nicht mehr ausgerüstet hatte Psst, Kumpel Hier drüben Du, da ist irgendwo ein Händler Ja, hier Pie Haben sie den Hier ist ein Händler Hier ist ein Händler Hier gibt's auch Da gibt's das Dann gibt's das Mhm Mächtiges Katana Hm, du bist so ein Katana, Junge Langschwert ist bestimmt, äh, Doppelhändischer Das Klangschwert Kann schon sein Nein Meine Preise Meine Preise Meine Preise Sie sind mehr als fair Zuhu Ich brauche meinen Haken Ich brauche meinen Haken Ich brauche meinen Haken Achso, ich wollte ja auch noch, äh Bist du schon drüben, was? Ja, ja, ich bin schon drüben Ich bin schon hier In meinem Revier Ey, was ist denn das? Warum bin ich denn jetzt gestorben, Dominik? Kannst du mir das jetzt mal sagen? Ich war irgendwo im Fall runter Das weiß ich nicht Boah, fuck, jetzt krieg ich auf die Fresse Naja, das war total dämlich Ey, da könnte ich schon wieder kotzen, ey Warum ist denn der jetzt gestorben? In der Luft? Na, das war's Ich bin tot Ja, die jagen mich auch auch gerade Ja, alles gut Kotzt mich an so einen Scheiß, ey Ich habe ja leider keine Probleme Das war es ein bisschen dämlich Habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich jetzt gestorben bin Echt nicht Habe ich nicht verstanden Wo bin ich denn jetzt? Oh Leute Wo bin ich denn jetzt? Oh Leute So ein Quatsch, ey Kannst du mir grad nicht nehmen lassen? Komm her, du Scheißer Ah, stirb! Hast du niedergemäht jetzt? Oh, bitte Mord Hat wirklich niedergemacht Und was sollte ich denn jetzt machen? Ich hätte jetzt die Chance Entweder sterb oder So Sie sind's, Crane Ich hab sie auf den Postern gesehen Sie müssen mir helfen Was ist passiert? Reismänner haben auf mich geschossen Ich bin auch Kurier Naja, fast Hey, ich kann nicht mehr Können sie mir helfen und diesen Run für mich zu Ende bringen? Hey, ich kann sie zu einem Unterschlupf bringen, aber dann habe ich anderes zu tun Nichts ist wichtiger als das hier Glauben sie mir Okay Dann erzählen sie mal Die Quelle der Epidemie Wo? David zeigt's ihnen Hier, eine Liste und eine Tasche mit schon gesammelten Sachen Den Rest müssen sie erledigen Wenn sie alles haben, bringen sie's zu David am Royal Canal Er wird ihnen alles erzählen Sagen sie, dass Spider sie geschickt hat Was ist mit ihnen? Keine Sorge, hier in der Nähe ist ein Ver... Hat er einfach aufgehört mit Labern Nehmen sie Spiders Tasche Ja, Hammer So, meine Lieben Wenn ihr das in der nächsten Folge sehen wollt Dann lasst den Daumen nach oben da Schreibt uns ein schönes Kommentar Und drückt die Glocke Damit ihr keine Folge mehr verpasst Von den zwei Spasten von der Tankstelle Bis später, tschüss!